Liebe Brüder und Schwestern, die Herrlichkeit Christi ist heute erschienen. Immer fort leuchtet sie unter uns auf, bis der Menschensohn wiederkommt. Nach dem Fest seiner Geburt und seiner Erscheinung schauen wir aus nach den teiösterlichen Tagen, den Feiern seiner Kreuzigung, seiner Ruhe im Kabel und seiner Auferstehung von den Boten. So kündigen wir euch als erstes das Fest aller Feste an, den heiligen Ostertag am 27. März dieses Jahres. Jubelnd feiern wir den Tag, den Gott gemacht, und prümen die Auferstehung unseres Erlösers. Damit auch wir mit dem Auferstehen, begehen wir 40 Tage hindurch die österliche Brustzeit. Sie beginnt am 10. Februar dieses Jahres mit der Feier des Aschermittwort. Dann, da schenkt uns der Herr, die 50 Tage der Osterzeit. Am 5. Mai das Fest seiner Himmelfahrt und am 15. Mai das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist vergab, kam auf seine Jünger. Am 26. Mai feiern wir von Leichnam das Hochfest des Bleibes und unblutes Liebes. Die Kirche bereitet sich vor auf das Kommen ihres Herrn und beginnt den Advent am 27. November. delegation an, dem Idol an desres Erlösers Christian ges propose beswingt, Charles und Thomas sprachen一定要 die Geschenker her, als Seien wir ins ne 고 couldn't believe in Jesus. Als Jeszus Christusienza stammt dann, Es war kein Geld am 27. Aus dem treadmill gewissen und es war ein Dreieck. Es war ein Konnte 1. Mai das Schande값 � auto aus dem herumrede und wurde es basta was er Cul gebet было von final Infinite. 3. Mai. Willkommen zu OK. Vielen Dank.